So, heute wird es richtig interessant. Wir schauen uns anhand von wirklich vielen Beispielen die Bearbeitung nach § 23 Urhebergesetz an. Und zunächst einmal die Übersicht. Wir sind immer noch bei der Vervielfältigung, weil die Bearbeitung nach § 23 ist laut der Rechtsprechung des BGH ein Unterfall der Vervielfältigung und deswegen, und das hier ist mir super wichtig, die Bearbeitung fällt noch in den Schutzbereich. Also, wenn eine Bearbeitung vorliegt, dann, wenn die dann verwertet wird, dann liegt ein Eingriff in das Urheberrecht vor. Wenn aber eine freie Benutzung vorliegt, nach § 23 Absatz 1 Satz 2, da wird der Schutzbereich verlassen und dann liegt keine Urheberrechtsverletzung vor. Okay. Der Sinn und Zweck hinter der Bearbeitung ist der folgende. Es wird nicht nur die 1 zu 1 Übernahme geschützt. Also, im Urheberrecht die Vervielfältigung ist natürlich eine Urheberrechtsverletzung. Oder im Markenrecht, wenn ich Schuhe mit Adidas drauf verkaufe, dann ist das natürlich eine 1 zu 1 Übernahme der Marke Adidas. Oder wenn ich im Patentrecht genau das mache, was geschützt ist, patentrechtlich, dann fällt das natürlich direkt unter den Patentanspruch und ist eine Verletzung. Okay. Aber, das ist immer nur zu eng. Der Schutzbereich wird im geistigen Eigentum, also auch im Urheberrecht und im Markenrecht und im Patentrecht, der wird auch erweitert. Und am besten wird es meiner Meinung nach immer am deutlichsten im Markenrecht, wenn ich Getränke herstelle und meine Marke heißt jetzt Coca-Cola, also anstelle des A's habe ich ein O gemacht, dann muss die Marke Coca-Cola, muss natürlich trotzdem noch gegen die Verwendung Coca-Colo schützen. Das ergibt ja Sinn, sonst wäre das Markenrecht ja viel zu eng. Und das gleiche beim Urheberrecht. Nicht nur die identische Übernahme wird geschützt, sondern auch die Nutzung in veränderter Form. Und das gibt es, wie gesagt, im Markenrecht, im Patentrecht, gibt es überall. So. Hier seht ihr auch übrigens die ursprüngliche Übersicht, von der ich, sagen wir mal, inspiriert wurde. Beziehungsweise diese Übersicht ist eine Bearbeitung dieser Übersicht von dem Professor Oli. Und der hat auch wahrscheinlich auch absichtlich diese Klammer hier enden lassen, also bei der Bearbeitung. Okay. Kommen wir zu dem wichtigsten Teil in diesem Video, der Abgrenzung zwischen der Vervielfältigung, also der 1 zu 1 Übernahme, der Bearbeitung und der freien Benutzung. Also Bearbeitung und Vervielfältigung ist noch der Schutzbereich. Freie Benutzung verlässt den Schutzbereich und dann liegt keine Urheberrechtsverletzung vor. So. Wie machen wir das? Und hier solltet ihr, ja, zwei oder drei Schritte gehen. Im ersten Schritt, und der ist unabdingbar, hier müsst ihr die eigenschöpferischen Elemente herausstellen. Also welche Elemente des Werkes machen das Werk zu einem Werk? Beispielsweise bei einem Auto dürftet ihr nicht sagen, ja, das Auto hat Räder. Oder, ja, bei einem Telefonbuch dürftet ihr nicht sagen, ja, das ist von A bis Z geordnet. Weil das sind Gegebenheiten, die, da wurde kein Gestaltungsspielraum ausgenutzt in kreativer Weise und deswegen wären das keine eigenschöpferischen Elemente. Wir schauen uns das aber auch noch gleich an ganz vielen Beispielen an. So. In einem zweiten Schritt schaut ihr dann, in welchem Umfang wurden diese eigenschöpferischen Elemente übernommen. Und dann, in einem dritten Schritt, vergleicht ihr dann den Gesamteindruck. Wenn der Gesamteindruck übereinstimmt, eins zu eins, dann ist es eine Vervielfältigung. Hier noch eine kleine Anmerkung. Es muss, oder bei so ganz, ganz, also wirklich ganz, ganz, ganz unwesentlichen Änderungen, da liegt noch eine Vervielfältigung vor. Aber wenn es schon auch nur eine ganz kleine Änderung ist, ist grundsätzlich eine Bearbeitung oder eine freie Benutzung liegt dann vor, aber keine Vervielfältigung mehr. Das klassische Beispiel ist hier immer, sagen wir das Originalbild ist 1600x1600 Pixel groß. Und jetzt wird dieses Bild zu einem Bild von 400x400 gemacht. Ja. In diesem Fall, ja, ist das Bild dasselbe, nur das wurde halt ein bisschen kleiner gemacht. Da liegt immer noch eine Vervielfältigung vor. Wenn aber, ja, wir schauen uns das gleich nochmal anhand eines anderen Beispiels an. So, wenn der Gesamteindruck nicht übereinstimmt, also wenn keine Vervielfältigung vorliegt, dann müsst ihr zwischen einer Bearbeitung und einer freien Benutzung, ja, differenzieren. Und hier müsst ihr wieder immer auf diese eigenschöpferischen Elemente schauen und dann müsst ihr euch fragen, sind die hier wiedererkennbar, beziehungsweise verblassen die eigenschöpferischen Elemente und treten in den Hintergrund und es wird halt ein neues Werk geschaffen, sag ich mal. So, das müsst ihr euch fragen. Wir schauen uns gleich Beispiele an. Genau, hier noch eine ganz kleine Anmerkung. Der BGH hat früher immer, ich glaube das war Ulmer, keine Ahnung, ich glaube das war ein Professor oder so, jedenfalls der Professor Ulmer, sag ich mal, der hat so eine Verblassensformel entwickelt und hat dann gesagt, ja, man unterscheidet zwischen einer Bearbeitung und einer freien Benutzung, indem wir schauen, ob die eigenschöpferischen Elemente verblassen oder ob die noch da sind. Und wenn diese eigenschöpferischen Elemente verblassen, dann liegt eine freie Benutzung vor. So, und der EuGH, der hat dieses Verblassen ja nicht übernommen, sag ich mal, nicht direkt übernommen, sondern der sagt in seiner Entscheidung oder er spricht in seinen Entscheidungen von dem Kriterium der Wiedererkennbarkeit. Aber Wiedererkennbarkeit und Verblassen, das ist wohl dasselbe, ja, und deswegen macht das hier keinen Unterschied. Ihr müsst also schauen, sind die eigenschöpferischen Elemente wiedererkennbar oder nicht. Wenn die nicht wiedererkennbar sind, dann liegt eine freie Benutzung vor, dann liegt keine Urheberrechtsverletzung vor. Wenn die wiedererkennbar sind, dann liegt eine Bearbeitung vor, dann müsst ihr aber noch, wichtig, das ist super wichtig, dann müsst ihr aber noch in einem zweiten Schritt dann prüfen, ob diese Bearbeitung verwertet wurde. Schauen wir uns gleich auch nochmal an Beispielen an. Hier seht ihr das auch nochmal vom BGH dargestellt. Der nennt hier diese drei Schritte, die man gehen muss. Okay, erstes Beispiel. Der Supermarkt S bietet ein Karnevalskostüm an, das sehr stark an die Figur Pippi Langstrumpf aus dem literarischen Werk von Astrid Lindgren angelehnt ist. Hier seht ihr das Bild und jetzt müsst ihr wissen, in dem Buch von der Astrid Lindgren, da wird Pippi Langstrumpf halt als Mädchen beschrieben mit einer Haarfarbe wie Karotten und langen Zöpfen und halt diesen grünen, keine Ahnung. Genau, also da wird das beschrieben und hier wird jetzt das Kostüm angeboten. Okay, jetzt möchte ich einfach nur mal diese Unterscheidung zwischen Vervielfältigung und Bearbeitung hier ansprechen. Eine Vervielfältigung liegt nicht vor, weil es wohl Unterschiede gab und auch kleine Unterschiede, das betone ich hier nochmal, wirklich selbst kleinste Unterschiede führen dazu, dass eine Vervielfältigung zu verneinen ist. So, wir kommen zu diesem zweiten Punkt. Liegt hier eine Bearbeitung vor? Und hier gibt es einen Trick oder eine Besonderheit, die ihr beachten müsst. In einem ersten Schritt fragen wir uns, was sind hier die eigenschöpferischen Elemente? Und hier müsst ihr wissen, dass für den Figurenschutz, also Harry Potter, Pippi Langstrumpf, keine Ahnung, James Bond und sowas, für diese Figuren, die genießen urheberrechtlichen Schutz dann, wenn diese ausgeprägte Charaktereigenschaften haben und besondere äußere Merkmale. Hier wurden die besonderen äußeren Merkmale übernommen und diese besonderen äußeren Merkmale, die übernommen wurden aus dem Buch, die sind auch ganz klar wiedererkennbar. Also eigentlich liegt hier eine Bearbeitung vor. Nur wir haben hier diese Besonderheit bei dem Figurenschutz, dass wir auch die ausgeprägten Charaktereigenschaften, dass auch diese das Werk ausmachen und weil diese ausgeprägten Charaktereigenschaften natürlich bei Kleidung nicht übernommen werden können, deswegen liegt keine Bearbeitung vor und somit ist das hier eine freie Benutzung und somit liegt keine Urheberrechtsverletzung vor. Okay, für eine nach § 23 Urhebergesetz verbotene Übernahme eines Charakters ist es mithin nicht ausreichend, dass eine Abbildung lediglich einzelne äußere Merkmale der literarischen Figur übernimmt. Diese Elemente mögen zwar die äußere Gestalt der Romanfigur prägen, sie genügen aber für sich genommen nicht, um den Urheberrechtsschutz an der Figur zu begründen und nehmen daher auch nicht isoliert am Schutz der literarischen Figur teil. Okay, also es reicht nicht nur bei diesen literarischen Figuren die äußeren Merkmale zu übernehmen, sondern man muss auch die Charaktereigenschaften übernehmen und das war hier nicht der Fall. Gut, bevor ich jetzt zu den weiteren Beispielen komme, die das alles nochmal deutlich machen sollen, möchte ich noch einen ganz wichtigen Grundsatz kurz erwähnen, nämlich den Grundsatz der Relativität des Schutzbereichs. Großes Werk, großer Schutz, kleines Werk, kleiner Schutz. Oder juristisch ausgedrückt ist es wie folgt, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Individualität und Schutzumfang. Wenn ich einen großen Gestaltungsspielraum hatte und diesen in kreativer Weise ausgenutzt habe, dann haben wir ein großes Werk und dann haben wir auch einen großen Schutzumfang. Wenn ich aber, wir sehen das gleich, nur einen kleinen, nur einen kleinen Gestaltungsspielraum hatte, dann habe ich auch nur einen kleinen Schutzumfang und das führt insbesondere bei dieser Abgrenzung zwischen Bearbeitung und freier Benutzung dann dazu, dass selbst kleine Veränderungen eher dazu führen, dass wir eine freie Benutzung haben. Weil der Gestaltungsspielraum war schon klein und jetzt, ja, deswegen auch nur ein kleiner Schutzumfang und deswegen führen dann kleine Änderungen schon häufig dazu, dass man, dass das Werk nicht wiedererkennbar ist und deswegen eine freie Benutzung vorliegt. Diesen Grundsatz gibt es im gesamten geistigen Eigentum. Im Markenrecht wird er insbesondere bei der Kennzeichnungskraft, bei der Verwechslungsgefahr relevant und im Patentrecht, da gibt es die Schneidmesserkriterien, da wird auch die Relativität des Schutzbereichs erkennbar und auch im Designrecht, zum Beispiel Apple kann für das neue iPhone ein Design anmelden, aber natürlich ist dieses Design, das Design von Apple hat dann nur einen ganz kleinen Schutzbereich, ja, weil jedes Handy sieht derzeit ziemlich gleich aus, alle haben einen lauter, leiser Knopf, alle haben so einen Sperrbildschirmknopf, alle haben einen großen Bildschirm, alle sind rechteckig, ja, runde Kanten haben die auch häufig, also deswegen das Design von Apple, was dann angemeldet und eingetragen wird, das hat dann auch nur einen ganz, ganz geringen Schutzumfang. Genau, Beispiel Jeans und das möchte ich, ich hatte leider keine besseren Bilder, ich habe eine halbe Stunde für Jeansbilder geschaut, nach lizenzfreien Bildern für Jeans, das hier waren die besten. Okay, und das möchte ich hier nochmal an dieser Jeans deutlich machen. Hier haben wir diese Jeans und hier haben wir eine andere Jeans und wenn, sagen wir, das hier ist die Original-Jeans, das Original-Werk und jetzt stellt der Hersteller H, der stellt jetzt diese Jeans her und der Urheber möchte jetzt gegen diesen Hersteller vorgehen. So, jetzt haben wir in meinem ersten Video gesehen und auch nach der EuGH-Entscheidung Co-Female G-Star, wissen wir, ja, eine Jeans kann urheberrechtlich geschützt sein, aber natürlich hat das dann auch nur einen kleinen Schutzumfang, weil jede Jeans muss natürlich zwei Hosenbeine haben, jede Jeans hat so zwei Hosentaschen und ja, eine Jeans sieht auch hinten ziemlich identisch aus mit diesen zwei, ja, Backpockets, keine Ahnung, wie man die nennt. Und jede Jeans hat, oder viele Jeans haben diesen Knopf und diesen Zipper, also, ja, bei Jeans, da unterscheidet sich jetzt nicht viel. Und hier sehen wir schon bei dem Hersteller H, der hat hier zum Beispiel so ein kleines rote Schild gemacht und dieses kleine rote Schild würde schon für mich dazu führen, dass hier eine freie Benutzung vorliegt. Außerdem hat der Hersteller H diese, ja, wie soll ich das sagen, so Ripples, so Welleneffekte hier oben im Hüftbereich gemacht und auch diese, ja, diese gibt's hier, glaub ich, nicht so oder jedenfalls nicht in dieser Stärke wie hier und deswegen liegt hier, deswegen hier Relativität des Schutzbereichs. Dieses Werk, da gab es schon nur einen geringen Gestaltungsspielraum. Der wurde zwar, ja, in kreativer Weise ausgenutzt, vielleicht kleine Münze, aber hier bei der Urheberrechtsverletzung dann, wenn der gegen diesen hier vorgehen möchte, müssen wir diese Relativität des Schutzbereichs berücksichtigen und deswegen diese kleinen Änderungen, rote Schild, Ripple-Effekt, wahrscheinlich auch hier, ja, das ist auch ein dunkleres Blau und, ja, also deswegen hier freie Benutzung. Okay, kommen wir zu einem weiteren tollen Beispiel. Ist der aktuelle Porsche 911 eine Bearbeitung oder eine freie Benutzung? Hier, der Ur-Porsche, das ist das Werk von dem Urheber und hier ist der neue Porsche. Und jetzt stellt sich die Frage, ist dieser Porsche eine Bearbeitung oder eine freie Benutzung von diesem Porsche? Okay, schauen wir uns das an. Hier liegt ein Werk vor. Dazu verweise ich wieder auf mein Video zum Werkbegriff, wo das Oberlandesgericht Stuttgart, genau, das hat das super begründet, warum der Porsche ein Werk ist. Dann Aktivlegitimation, okay, der ist hier Urheber, Paragraph 7, Schöpferprinzip, Eingriff. So, Vervielfältigung liegt hier ganz klar nicht vor. Meiner Meinung nach könnt ihr die auch sofort ausschließen. Da müsst ihr gar nicht diesen Dreischritt machen, weil es ist wirklich offensichtlich, dass hier keine 1 zu 1 Übernahme vorliegt. Somit kommen wir zu dieser Unterscheidung zwischen der Bearbeitung und der freien Benutzung. Liegt eine Bearbeitung hier vor? Was sind die eigenschöpferischen Elemente? Gestaltung des Kühlergrills, die harmonische Linienführung, das hinten abfallende Heck und so weiter und so weiter. Also hier, das Heck fällt so ab, hier gibt es so einen Kühlergrill, hier so Linien und so weiter. Hier wurde ein Gestaltungsspielraum ausgenutzt. Natürlich nicht zu diesen eigenschöpferischen Elementen. Das würde ich in der Klausur, ja, das habt ihr ja in der Klausur schon hier meistens festgestellt, beim Paragraf 2 Absatz 2 bei der Prüfung dort. Hier solltet ihr nicht auf die Räder oder auf die windschnittige Form oder auf das Vorhandensein von Lichtern irgendwie schauen, weil da, weil jedes Auto hat Lichter. Ein Auto muss zwingenderweise Lichter haben oder ein Auto muss zwingenderweise Räder haben. Also darauf könnt ihr auf das Vorhandensein dieser dürft ihr hier nicht abstellen. So, und jetzt stellt sich die Frage, ist das hier eine Bearbeitung oder eine freie Benutzung? Dafür müssen wir den Gesamteindruck hier vergleichen. Zunächst einmal hat das Oberlandesgericht Stuttgart aber den vorhin schon angesprochenen Grundsatz der Relativität des Schutzbereiches dargestellt, sozusagen als Prüfmaßstab. Die äußere Gestaltung der Karosserie des Ur-Porsches weist aufgrund der bereits geschilderten für die Formgestaltung von Kraftfahrzeugen zwingenden Gegebenheiten, Räder, Lichter und so weiter und dem vorbekannten Formenschatz in Gestalt des vorheriges Auto eine nur geringe Gestaltungshöhe auf. Also das Oberlandesgericht Stuttgart sagt hier, dieser Porsche ist nur ein kleines Werk, weil, ja, die Lichter müssen vorhanden sein, die Räder müssen vorhanden sein und jedes sportliche Auto hat so eine windschnittige Form. Deswegen ist das hier nur ein kleines Werk. So. Nur die in vielen Details ausgestaltete Karosserie des Ur-Porsches in ihrem Gesamteindruck weist eine hinreichende Schöpfungshöhe auf, um als Werk der angewandten Kunst schutzfähig zu sein. Okay, also auch, genau, also dieser Ur-Porsche ist ein Werk und, ah ja, hier könnte ich nochmal ganz kurz ein Problem ansprechen, nämlich diese Werke der angewandten Kunst, da gab es, ja, ich sag mal früher einen Streit, müssen diese nicht in besonderer Weise kreativ sein? Also muss, gibt es eine gewisse Schöpfungsschwelle für diese Werke der angewandten Kunst und die Ratio hinter dieser früheren Ansicht war, wir wollen nicht, dass jeder Gegenstand urheberrechtlich geschützt ist. Also das war so die vorherige Ansicht des BGH, meine ich. Der hat gesagt, der hat ganz früher mal gesagt, bei diesen Werken der angewandten Kunst, da, die müssen halt irgendwie besonders sein. So, weil wir nicht alles schützen wollen. So, aber diese Rechtsprechung wurde im Hinblick auf die EuGH-Rechtsprechung zu dieser Jeans und auch spätestens vom BGH in seiner Geburtstagszugentscheidung aufgegeben und auch ausdrücklich aufgegeben. Und der BGH sagt jetzt auch, dass bei Werken der angewandten Kunst die kleine Münze geschützt werden kann. Also es gibt hier bei diesen Werken der angewandten Kunst keine, ja, kein, kein, kein höheres Maß an Schöpfungshöhe, was erreicht werden muss. Okay. Gut. Also, das war der Prüfmaßstab, den das OLG Stuttgart erstmal vorangestellt hat und dann hat es den Gesamteindruck verglichen. Hier hat es dann gesagt, wesentlich dominanter sind aber die zahlreichen Abweichungen. Die vorderen Kotflügel sind stark zurückgezogen bei dem neuen Porsche und deutlich flacher. Die Scheinwerfer sind erheblich schräger. Hier seht ihr das nochmal. Hier, das ist deutlich flacher oder schräger. Hier dieser Kühlergrill, meiner Meinung nach, ist auch sehr deutlich anders. Hier ist der, keine Ahnung, was das ist, ob das überhaupt ein Kühlergrill ist. Hier einen ganz anderen Kühlergrill und so weiter und so weiter. Ihr könnt das euch hier mal durchlesen, wenn ihr Lust habt. Und deswegen kam das Oberlandesgericht Stuttgart zu dem Ergebnis, dass eine freie Benutzung vorliegt. Nach 23 Absatz 1 Satz 2 hat das, hat dieses, hat dieser Porsche, der neue Porsche einen hinreichenden Abstand erlangt und somit liegt kein Eingriff in das Urheberrecht vor. und das hat der BGH so bestätigt. Okay. Neues Beispiel. Der Fotograf F macht ein Bild von dem Model Bettina Z. Das ist dieses linke Bild hier. A bearbeitet dieses Bild und nimmt an einem Fotowettbewerb teil. Jetzt der F, der Fotograf, gegen den A auf Unterlassung. Hier ist das Bild von dem A. Ihr seht das hier. Die ist einfach fetter gemacht worden. Genau. So. Das ist der Fall vor dem BGH und wir schauen uns das an. Liegt ein, ein Werk vor? Ja. Hier liegt, hier liegt ein Lichtbildwerk vor, weil der Fotograf hatte bezüglich der Pose und der Belichtung einen Gestaltungsspielraum. Den hat er in kreativer Weise ausgenutzt. Okay. Jedenfalls aber hat dieses, hat dieses, äh, Bild, Lichtbildschutz nach § 72 Urhebergesetz. Okay. Aktiv-Legitimation. Ja, der ist, der ist Schöpfer. Wenn ihr das Werk natürlich verneint habt, das Lichtbildwerk, aber ihr sagt § 72 Schutz, dann müsstet hier, müsstet ihr hier bei der Aktiv-Legitimation das natürlich auch anpassen. Nämlich der Lichtbildner ist dann aktiv legitimiert nach § 72 Absatz 1 ist es, glaube ich, keine Ahnung, irgendwo da. So, Eingriff, dann eine Vervielfältigung liegt hier nicht vor. Hier sind definitiv erkennbare Unterschiede. Somit keine 1 zu 1 Übernahme, somit Vervielfältigung Minus. So, dann Bearbeitung. Und hier, das habe ich vielleicht gerade noch nicht so wirklich betont, bei der Bearbeitung solltet ihr hier diesen 2-Schritt gehen. Einmal liegt eine Bearbeitung vor und dann zweiter Schritt wird diese Bearbeitung verwertet. So, vorliegen einer Bearbeitung. Eigenschöpferischen Elemente sind hier die Pose und die Belichtung. Wurden diese hier übernommen? Ja, dieselbe Pose und auch die Belichtung und auch der Hintergrund, all das wurde übernommen und das ist auch wiedererkennbar. Das verblasst nicht und deswegen, hier müsstet ihr natürlich argumentieren ein bisschen, 2-3 Sätze, 4 Sätze in der Klausur und somit liegt hier eine Bearbeitung vor. Also, es ist definitiv wiedererkennbar. Dieses Werk ist in diesem Bild wiedererkennbar. Okay, dann zweiter Schritt aber, wurde diese Bearbeitung verwertet und hier müsst ihr schauen, handelt es sich um einen Fall des Absatzes 2, weil der Paragraf 23 sagt, eine Bearbeitung an sich, also das Herstellen der Bearbeitung an sich ist noch keine Urheberrechtsverletzung. Man braucht eine Verwertung, außer in den Fällen vom Absatz 2. Wenn ein Fall des Absatzes 2 vorliegt, dann ist bereits die Herstellung der Bearbeitung eine Verletzung des Urheberrechts. Wenn es eben ein Fall von der Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 ist, dann genügt schon allein die Herstellung aus, um ein Eingriff in das Urheberrecht zu sein. Grundsätzlich aber genügt das ledigliche Herstellen der Bearbeitung nicht aus, sondern wir brauchen eine Verwertungshandlung und hier hat der der wie hieß der A glaube ich genau der A hat dieses Bild veröffentlicht oder der hat dieses Bild bei einem Fotowettbewerb verwendet. Das ist eine Veröffentlichung nach § 12 Urhebergesetz und somit haben wir eine Verwertung nach § 23 12 Urhebergesetz. Wenn er das auf seinem Blog veröffentlicht hätte, dann hätten wir eine Verwertung nach § 23 19 A Urhebergesetz. Wenn er das ausgedruckt hätte, dann hätten wir nach § 23 12 und 16 und wenn er das Poster auch noch verkauft hätte, § 17 wäre auch noch einschlägig, also die Verbreitung. Also da gibt es ganz viele Verwertungshandlungen, die dann hier in Betracht kommen, aber das ist alles egal, wir brauchen hier nur eine Verwertungshandlung und hier hat er das veröffentlicht, somit liegt eine Verwertung vor und somit liegt ein Eingriff in das Urheberrecht vor, dann müssen wir aber die Schranken noch prüfen und hier ist wohl die Parodieschranke einschlägig, weil ja, das war irgendwie ein Parodiewettbewerb und Kunstfreiheit und so weiter müsstet ihr dann halt argumentieren und somit liegt keine Verletzung nach Paragraf 23 12 Urhebergesetz vor. Natürlich müsstet ihr hier auch noch den Paragraf 14 die Entstellung prüfen, aber auch die wäre im Ergebnis zu verneinen, wenn wir hier den Paragraf 51 a annehmen. Letzter Punkt zu der Bearbeitung die Bearbeitung gewährt dem Bearbeiter auch ein Recht. Also nehmen wir an, wir haben einen deutschen Autor, der schreibt ein Buch, der Übersetzer Ü übersetzt das Buch mit Zustimmung des Autors so und jetzt lädt der Blogger B diese Übersetzung von dem Ü auf seinen Blog hoch, dann kann der Bearbeiter gegen den Blogger vorgehen. Also auch der Bearbeiter hat ein Recht an seiner Bearbeitung. Okay, aber natürlich auch der Urheber kann dann auch vorgehen. Perfekt, das war es dann von dem heutigen Video. Das war ziemlich viel. Ich hoffe, das ist klar geworden und genau. Dann schauen wir uns beim nächsten Video die Verbreitung an und den wirklich wichtigen Grundsatz der Erschöpfung. Darauf verlinke ich hier mal. Das ist wirklich wichtig für eure Klausur und dann könnt ihr den Kanal wie immer gerne abonnieren. Ihr könnt gerne ein Like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.